So, Death Race, Kürze Hölle Endlich Death Race Death Race Death Race Goll Goll, kommt sogar mal die Quote Kommt sogar mal die Quote Kommt sogar mal die Quote wärmer Hatte ich ihn hier immer Nehm ich den diesmal Ich glaube ich nehme wieder den hier Ah, der sieht mich ähnlich Bisschen ähnlich Die waren die Steuerung Ich glaube rechts kann man Gassi immer Richtig Wollt ihr mich verarschen? Hä, wie war der denn? Du musst einfach nur mit den Pfeilen da vorne drücken Achso, stimmt Scheiße Hat er noch mal nach oben geschossen Wie war es schießen? Äh, nee Okay, stimmt Hab da nicht gelogen Hab sogar getroffen Fuck you Fuck you Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Der liegere wird hinten rausgeschossen arsch Nöö should papel Das ist ein Scheiß fällt jetzt schon mal gesagt Jetzt sagen wir so lange hat sich doch jetzt stinkt das Spiel So, wir müssen aber rein. Was, du wusstest? Jetzt ist er wieder. Jetzt ist er ein Toro, jetzt kann er zenten. Aber Sepp fährt weiter. Da ist er hin. Knappe Kiste, würde ich mal sagen. Komm ab. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin hier alle weggebrucht, Turm oder irgendwas. Hier, bleib mal. Alter, hab das dann. Oh Gott, oh Gott. Jetzt. Alter. Nicht schlecht. War da rein, war doch alles nur Lack. Du hast gerade da bekommen was. Na komm. So, ich fühl mich nicht gut. Na, der ist da vorne. Oh shit. Hör auf mich zu schupfen. Nichts passiert. Wenn du vorbei willst, ist der Akze einfach. Mach, ey, kein Problem. Ja, daneben. Der gute Hälfte-Tobo zum Schluss. Gebt es her. Niemals. Bauer ab. Ich muss doch nicht alles nehmen, was ich finde. Dankeschön. Oh Gott. Geh doch weiter, Markus. Ich muss mich doch noch am Auge kratzen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Du bist aber ein bisschen eng. Oh, oh. Da hab ich ihn jetzt nicht drauf. Nicht schlecht. Tschüss. Ey, der Mann. Ich bin der weg. Ich bin der weg. Weg. Oh shit. Oh shit. Nein. Los, hau ab. Mach ich ja schon. Geil. Feier dich mal da hinten. Ich hab ja schon Toro gezündet. Ja, ja. Das wollen sie alle haben, oder? Das wollen sie. Nicht auf... Nicht auf dich. Wie denn sonst? Und auf den auch. Ich vermall das alles, ey. Uups. Jetzt würde ich mich beeilen. Ach, komm schon. Komm schon. Was hab ich dir denn eigentlich getan? Alter, kannst du mal aufhören? Oh, das war nicht schlecht. Das muss man ja auch. Ja, der war gut. Deswegen hab ich gestoßen. Oh, ich hab ihn rausgekegelt. Ja, muss ja auch. Du bist ja auch hinten. Nein, nein. Ich brauche noch eine Knarre. Den holst du gern. Nee, nee. Lass mal gut. Lass mal gut. Hier. Schönen Tag noch. Nein. Ich muss immer im Windschatten fahren. Das wusste ich. Ey, das ist aber gemein. Das ist gemein. Das ist richtig gemein. Das ist mein eigenes Rotz. Das ist richtig gemein. Das ist mein eigenes Rotz. Der Set ist vorne. Mach ihn fertig. Der darf nicht gewinnen. Oh Gott. Nein. Mein eigenes Rotz. Das macht mich schlecht. Alter. Die hat's gemein. Mit Respekt. Ich hab hier die Kiste bekommen. Das war mein Problem. Boah, mal diese fetten, schleigigen Leute vor mir. Hier. Fuck, fuck, fuck. Ich hab mich da. Na, hier reicht. Hör auf zu schubsen. Das ist ja gut. Do it. Habt das dann? Ich muss los. Ey, ey. Habt das langsam mal. Oh shit. Ich grun. Togo. Ey, ey. Mein Togo. Verbraucht ihn nicht. Ey. Nein. Ihr steht geblieben. Fuck, fuck, fuck. Scheiße. Nein. Ah, du Lackertun. Und der Markus macht so ein Stress. Ja, Partner. Boah. Bitteschön. Ich muss weg. Der braucht nur Scheiße. Alter, das darfst du. Nein. Nein. Yes. Ey, das hat doch noch gefreut. Das ist ein Loser-Hivo. War die entscheidende Runde. Also, entschuldige mal. Ich hab 36 zerstört. Kann das sein? Ja, und? Ich hab 35.000 Punkte. Ich hab sogar die meisten Punkte. Deswegen hab ich die Loser-Hivo. Ich hab die meisten Punkte, aber das Match verloren. Ja, natürlich. Aha. So, tipptipp. Nee, du hast mich nicht untergestoßen. Du bist dann verloren. Du bist dann verloren. Dann geht's dir weiter. Dann müsstest du Ready drücken. So, Death Race King of the Hill. Ja, ich nehm Death Race. Schön für dich. So, dann nehmen wir mal... Was nehm ich denn da? Ja, der sieht mir auch eh nicht. Nehmen wir das Vieh. Jeder von der Sieger war der erste gleich. Das war ein King of the Hill. Da, ähm, 50 Sekunden Erster sein. Ach so, so war das. Wir haben ja wirklich dieselben Karre. Ja, hol mal Jelps. Gute Wahl. Ja, danke. Du störst, hau ab. Mal den mal aufhalten haben. Oh, die Finger sind gleich in der Richte Ecke. Warum hab ich mir den genommen? Uncool, uncool, scheiße. Uncool, scheiße, hab ich gesagt. Ist er mit seinem Kack-Tobo? Ich will den mal einholen. Mach du das auch mal. Besser so. Oh. Ich schieße mir so gleich. Warum bin ich denn auf jeden Fall vorne? Wo hab ich denn die Knarre hier? Warum bin ich jetzt... Oh, dieser Penner. Na, ich hab mich doch nicht selbst damit. Ah, na, die... Eigentlich verfahren. Ja, ich gebe zu. Alter Drecks-Map. Du meinst ja, dieselbe Karte wie ich. Das ist jetzt genauso schnell. Uhuhuhu. Das ist nur ein Buch. Warum ist denn so schnell? Lass es doch mal sein jetzt hier. Was? Haben wir den Salat. Eine Sekunde noch, Jungs. Warte, ich bin da vor dir. Na, gewonnen, Herr Sack. Easy peasy. Aber der Bibi hat gerade mal neun Sekunden geschafft. Ich bin der Schnellste. Du fährst das. Wie willst du mir der Schnellste gewesen sein, wenn ich gerade mal neun Sekunden vorne war? Es stand da. B, B muss A drücken. Aber was gibt's hier noch? Das ist es. Er ruhig ein anderes Fahrzeug. Ja, diesmal nehme ich was Fettes, was man nicht von der Straße schubsen kann. Was sieht denn mit dem Ding hier aus? Wasse, Handling ist okay. Ich nehme. Bitte. Was ist denn du denn da? Das ist doch Gewalt da. Alter. Das ist ein großer Elfrag. Gott, bin ich langsam. Du bist doch South Park mit dem. Ja. Mit dem Bildung. Das ist ja schrecklich. Ja, schnell ist es nicht, ne? Das ist so richtig für ganz langsame Beschneidung. Oh, nein, nein, nein. Ach, schrecklich. Wenn ich das wusste, geht eh nix. Nein. Hau ab. Der extra Rindelfahren war da die Mühe. Was soll der denn? Geil. Ich hätte den Dicken noch nie so gewinnen lassen. No, schrecklich. Noch zufrieden. Den Dicken eingetragen. Nein. Dein Klein Mini-Panzer kannst du mal abhauen. Auch mal ohne Knach oder so. Hey, richtig. Vielleicht. Wo. Boah. Ich fahr nur so meine Runde. Zweie Summe, fast. Regga. Fast, der erste rausgerückt. Ja, warte dir. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und zu die Nächste. Was hab ich dir eigentlich getan, ich bin ganz hinten. Ich bin der Zettel. Achso. Ja, weil das ist ein bisschen verrückt, denn. Du hast eine Rakete. Das sind wir nicht. Wir geben auch. Geil. Warum lebe ich? Warum lebe ich? Das ist eine gute Frage, ich mir immer stelle. Ich werde euch meinen grünen Schleiber zu sich geballern. Alter, schubs mich mal bitte noch ein bisschen, Alter. Ey, die Karre ist kacke. Das Hut ist schon. Oh Gott. Sehr gut. Und um mal was, um die Arme. Oh Gott. Ey, lass mich doch einfach in Ruhe. Da kam die Murmel wieder. Hast du hier ein Scheißchen? Ja, und das? Oh, ein Toro. Ich muss los. Ja, du machst das immer schneller. Oh, kacke, kacke. Oh, nicht. Glück nicht. Ich kenne so was anderes. Ich spiele das auch. Aber nett, dass du mich wartet. Aber nett, dass du mich wartet. Perfakto. Jetzt haben wir jetzt nachvollziehen. Nein, 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 nein. Oh. Ja. Da wollte er wieder zu viel. Da wollte er wieder zu viel. Ja, das wollte ich haben. Ja, das ist eigentlich auch. Hallo. Bitteschön. Ja, okay. Wir haben die gleiche Masse. Nee, aber selbst kann ich auch unterschubsen. Klingt das gut? Wir haben die gleiche Masse, Eikel. Ich kann's jüte schon. Ja, das war scheiße. Die Rakete, weißt du, bei Close Distanz. Lächerlich. Ups, umdreht, umdreht. Vorbei. Schönen Tag, Tor. Du musst das machen. Sonst hier wird der. Ich will ja keinen Druck machen, aber. Gleich schießt er. Gleich schießt er. Uh, umdreht. Jetzt feuert er ab und fliegt über die Lapp hinaus. Hat er getroffen? Hat er getroffen? Das ist doch lächerlich. Hab ich den Torwunschi. Das ist trotzdem mehr geworden. Das ist natürlich trotzdem mehr geworden. Fuck. So, letzte Runde. Letzte Runde. Geht mir nimmst du in den Sack. Das ist ja die letzte Runde. Danke, dass die letzte Runde. Natürlich. Wer Humana Wayz probiert hat. Äh. Ich hab' den. Wer wundere rein. Diesmal nehmen wir. Einer. Eieieieieieiei. Den nehmen wir mal. Bitte gehen wir mal. Wir probieren es einfach mal. Das für die Spieler schießt? Dass man die anderen Fahrzeuge frei hat? Oder muss ich das wirklich spielen? Na ja, musst du wirklich spielen. Aber eigentlich kriegst du die relativ schnell. Ja, das haben wir ja gemacht, aber. Interessiert mich nicht. Alter! Alter, Alter. Also, die Karre ist richtig kacke. Sie ist langsam und rutscht. wenn ich die machen soll da kommt da kommt da das darf man mit dem ding nicht machen ich bin der rot wer ist ein rot wasser wasser das ist sehr anfällig für in die es ja diese komische kröte hier scheiße wie sehen wir das darstellen soll mit kröte ich glaube ich bin der wir haben gott du musst einfach nur 180 grad drehung machen. Und dann? Dann bist du die Dings los. Einfach knallhart 180 Grad. Jetzt haben wir unser Dreck. Warum häng ich denn hier? Ich hab's nicht fest. Ich hab's mal gezollte. Uncool. Uncool ist das. Oh Gott. Ich muss los. Hey, du bist ein Dampf. Verdammt. Hab ich gehört. Ich dachte, du hast mich jetzt gerade rausgerettet. Du bist dann in den Tod gekommen. Na ja, ist in Ordnung. Dankeschön. Na, grüner, das war heute. Ein Wort mit ich. Oh, oh. Verwicht. Ich schubsen mich mal. Lass ihn vorbeiziehen. Lass ihn vorbeiziehen. Du musst dir aber ein Togo vorher holen. Ja, das ist nicht das Problem. Die Turbos fallen nämlich immer hinter dem Ersten. Muss mal drauf achten. Lass den. Okay. Einer dreht sich hier. Guck hin, wie wir das machen. Du bleibst vorne. Uncool. Kann man nur so viel Glück haben. Na, wer wird denn abschießen? Hat die klappt? Uncool. Wie bitte? Ich bin so schwer. Darf ich nämlich die Kacke dauern? Ich bin nur so leicht. Ich bin nur so leicht. Oh, nice. Ja, jetzt hast du nun davon, weil du dich mit dem Handling willst. Ja, das habe ich ja. Da braucht sich der Dritte. Oh Gott, oh Gott, ich komme nicht mehr. Du schaffst es so weit hin zu sein, dass du Gubi spawnen wurdest, ohne von dir zu sput gemacht zu werden? Nein. Du schaffst es so weit hin zu sput. Das ist der erste Eindruck. Alter, ich hab' den Schubsen. Musst du über den Verklickler raus. Kacke. Oh, Toro. Ach, fach jetzt. Nächst Toro noch weiter. Oh, shit. Oh, ich hab' Toro. Na ja, ich wick zu mir nicht. Ich wick ja nicht vorbei. Ich hab' nicht, ich krieg' hier nicht meine Wache, die sind ja alle in der Kacke. Was ist denn? Richtig, der ist hoch. Oh Gott. Welche Farbe bist du eigentlich, gell? Ja. Okay. Ach, scheiße. Das war ein Fehler, Markus. Das war dumm. Ich hab' gehofft, einen Autobot zu kriegen. Ey, dann nicht gegen mich. Sepp ist der Feind. Was? Niemals. Ich hab' die Kiste weggeschubst. Hab' nicht gesehen. Ich hab' den Scheiß-Träght. Im G-Effel. Kacke, 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 Kacke. So schön eingeschubriert. Hallo. Ah, fuck. Idiot. Ich kann gerade rinddrücken. Na ja, kommt der B, der B ist der B mit Scheiß-Träght. Oh Gott. Was? Okay. Ich hab' nicht selbst angeschossen! Ich muss nicht mit! Ich hab' sie geschafft! Oh oh! Ja! Fuck! Oh, der Helbok ist wieder vorne! Richtig so! Du was? Ich bin wieder flutig! Lächerlich! Ja, also! Mehr Glück als Verstand! Oh, der Wohlen tausend! Bäm! Ich feierabend!